Hey cool, ich kann von alleine dem Licht einschalten. Hey cool, ich kann ganz alleine Licht ein- und ausschalten. Hallo Susanne, entschuldige, ich kann dich seit Tagen nicht erreichen. Du bist wahrscheinlich gerade wieder voll im Einsatz. Ja, ich soll dir ja morgen diesen Film aufnehmen. Weißt du eigentlich, wie man den Videorekorder programmiert? Und hast du übrigens den Postkastelschlüssel? Melde dich bitte dringend. Bitte. Ich hab schon Zimmer gebaut und Häuser gebaut. Was kosten Sie? 10 Euro pro Person. Ist das der letzte Preis? Nein, das ist der erste Preis. Wir können verhandeln. Wenn er 15 Euro kriegt, muss ich mindestens 25 kriegen. Warum? Weil ich hab zweimal so viel Erfahrung. Gut, okay, Sie kriegen 25 und das ist aber jetzt mein letztes Angebot. Siehst du hier irgendwo einen Strom? Ich kann Ihnen Verlängerungskabel bringen und alles, was Sie brauchen. Wir brauchen einen Stecker. Nein, nein, ich fahre schon, Sie arbeiten. Hebersorf, so können wir nicht arbeiten. Ich sag, du gibst uns jetzt mal Vorstoß für zwei Stunden und dann können wir anfangen. Entschuldigung, ich war eine Stunde weg. Ja, und was ist mit der Stunde davor und dem Wegzeit? Das ist so, das ist normal. Meine Herren, so war das nicht ausgemacht. Aber das ist so normal. Ja. Normal. Normal wie Mann und Frau. Wie Mann und Frau. Wenn ich fertig bin, steck ich auf meinen Lipizzanat. Am Fußballplatz mache ich nur meine Essenbahn. Wenn der Abend kommt, gehe ich nicht zu essen. Wir geben... Wir plausen das jetzt ab, ja? Ja, wer bist du, Alter? Ich bin der Hausherr. Wir gehen nicht, ohne dass du uns nicht den ganzen Tag gezahlt hast. Und Taxi. Das ist so normal. Und ich kriege eine Rechnung mit Mehrwertsteuer, dann werde ich überweisen. Das ist bei uns normal. Okay. Rechnung mit Mehrwertsteuer. Ja, okay, okay. Dann... Machen wir Rechnung mit Mehrwertsteuer. Ja, holen wir Mehrwertsteuer. Ja, holen wir mehrwertsteuer. Okay, Fleisch, ja, okay. Kein Problem machen wir. Holen wir mal. Wir kommen gleich mit Mehrwertsteuer. Ja, kommen wir gleich wieder. Wiederschauen. Ja, Wiederschauen. An alle. Manche von euch glauben da noch immer, das ist der Freundschaftspartie gegen die Engländer. Aber wie oft noch? Am Völd gibt's keine Freundschaft. Fragst du in Hartz? Seht wie das ist, wenn man keine Freund hat. Dass das eine Schlaumschlacht ist, welche von sozialistischen und islamistischen Gruppierungen gegen mich initiiert wurde, um mich politisch zu zerstören. Aber es wird nicht klappen. Im Nachhinein gesehen bin ich nur stolz auf unser österreichisches Rechtssystem, dass es diese Verschwörung gegen mich erkannt hat. Ich verstehe. Danke Herr Berger für das Interview. Bitte sehr. Schäfen oder nicht Schäfen? Also wenn es mich fragt, die Weiner sind auch verteidigt. Franz Fäuber für Fülstenfeld TV. Die Erträume. Die Erträume Biet! Biet! Bittl, bittl ruhiger, Andi! Na, 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 vom Kerb weiter!